Ich war auf der Maker Faire Hannover 2023 und zeige euch in diesem Video sieben spannende Projekte im Bereich 3D-Druck, die ich dort entdeckt habe. Für alle unter euch, die die Maker Faire Hannover noch nicht kennen, hier kurz vorab noch ein paar Informationen. Die Maker Faire findet jährlich im HCC Hannover statt und geht über zwei Tage. Ausgestellt wird von Privatpersonen bzw. Makern, öffentlichen Einrichtungen wie Makerspaces oder Schulen und Unternehmen aus verschiedenen Bereichen. Dazu gibt es Workshops und Vorträge. Die nächste Maker Faire Hannover findet vom 24. bis 25. August 2024 statt. Beginnen möchte ich mit dem Stand der Chaos Crew, an dem nicht nur spannende 3D-Drucker ausgestellt, sondern gleich auch noch vor Ort im Livestream ein Warren Trident mit dem Kit von LDOMotors aufgebaut wurde. Dazu hatte die Community verschiedene Projekte mitgebracht, wie dieses gedruckte Boot, mehrere selbstgebaute Blaster und riesige 3D-Drucke. Quasi alle am Stand ausgestellten Modelle wurden mit dem recycelten Filament von NobuFill gedruckt und auch NobuFill selbst hatte einen Stand auf der Maker Faire, welchen ich euch nicht vorenthalten wollte. Denn auch hier wurden jede Menge Drucker und Bauteile gezeigt, sowohl für technische Anwendungen wie Quadcopter-Rahmen aus schlagfestem PCTG, aber auch Figuren und hübsche Uforge-Modelle. Dazu gab es kostenlose Samples und Messerabatt auf die Filamentspulen. Für mich war es sehr schön, das Team hinter NobuFill mal wieder zu treffen, da sie mich schon bei diversen Projekten wie dem Bau meines Redrick V-Core 3D-Druckers mit ihren Materialien unterstützt haben. Nun zu einem sehr spannenden und neuen Druckerkonzept. Das Projekt CM3P wurde von Max im Rahmen seiner Bachelor- und Masterarbeit ins Leben gerufen und arbeitet an einer neuartigen 3D-Druckerbauweise, um Stützstrukturen zu verringern. Das Grundkonzept basiert dabei auf einem Polardrucker, bei dem jeder Punkt über einen Winkel, Abstand zum Pol und Z-Höhe definiert wird. Um das zu realisieren, wird normalerweise ein kreisförmiges Druckbett rotiert und die Düse entlang des Radiuses bewegt. Wenn nun das Druckbett abgesenkt oder die Düse angehoben werden kann, lässt sich 3D drucken. Das Bauvolumen ist in einem Zylinder. Bei diesem Drucker wurden jedoch einige Modifikationen vorgenommen. Zum einen gibt es zwei Extruder. Dazu kommt, dass diese im 45-Grad-Winkel ausgerichtet sind und auf einen Kegel drucken, anstatt auf eine plane Fläche. Diese Kinematik bietet viele Möglichkeiten im Non-Planar-Printing-Bereich. Als Beispielmodelle wurden diese Propeller live auf der Messe gedruckt. Die Qualität war überraschend gut und mit einem herkömmlichen Drucker wären solche Formen, zumindest ohne Stützstrukturen, nicht möglich gewesen. Außerdem stellten wir uns während der Messe die Frage, welchen Einfluss diese besondere Druckart auf die Festigkeit der fertigen Bauteile hat. An dieser Stelle kommt der nächste Stand ins Spiel, nämlich mein eigener. An meinem Stand stellte ich einen Teil meiner Materialtestgeräte aus, die ich für die Filamenttests und Vergleiche verwende. Dazu zeigte ich Messdaten und Proben aus vergangenen Tests, wie dem Vergleich von CR3D-ABS-Filamenten oder dem Test des Soft-PLA's. Außerdem hatte ich einen Prusa Mini mit Jobbox-Upgrade, um live auf der Messe Zugversuchproben auszudrucken, welche die Besucher dann zerstören durften. Für den Vergleich zwischen CM3P und klassischem kathesischen 3D-Drucker, wie dem Prusa Mini, verwendeten wir eine speziell konstruierte Probe, die dann auf beiden Druckern aus PLA ausgedruckt wurde. Beim Zugversuch schnitt der Prusa Mini ca. 5% besser ab, was jedoch bei nur einer Probe keinerlei Aussagekraft hat. Was wir dennoch bemerken ist, dass sich die Linien und Schichten im Inneren der CM3D-Probe nicht so gut verbunden hatten. Durch genauere Feineinstellungen und weitere Tests lässt sich hier jedoch sicherlich nochmal mehr herausholen. Und wer weiß, vielleicht kommt ihr dann auch ein ausführlicher Test und Vergleich hier auf meinem Kanal. Nun aber erstmal zum nächsten Stand von der Firma OSEC, welche spezielle Druckplatten in verschiedenen Größen für verschiedene 3D-Drucker herstellt. Beworben wird hierbei die extrem gute Haftung und das besondere Design. Das Team hinter OSEC ist wirklich sehr nett und der Entwickler der Sheets persönlich hat mir erklärt, wie die Produktion abläuft, wo die Schwierigkeiten liegen und wie er versucht, alte Sheets in Zukunft zu recyceln. Außerdem wurde ein Gerät direkt aus der Produktion von OSEC ausgestellt, hier etwas modifiziert, um zu demonstrieren, wie der rote Warnstreifen funktioniert. Dieser ist bei Zimmertemperatur nur sehr schwach sichtbar, wenn das Sheet jedoch aufgeheizt wird, leuchtet er rot auf und warnt somit vor der heißen Oberfläche. Das ist jedoch sicherlich mehr eine kleine Spielerei als wirklich notwendig. Ein weiteres Highlight auf der Messe war der Treppensteigel-Staubsaugroboter von Benedikt Eberle. Dieses Projekt kannte ich bereits vom Jugendforscht-Landeswettbewerb und es hat mich sehr gefreut, die weiteren Verbesserungen an seinem Projekt auf der Maker Faire zu sehen. Der Roboter ist vollgepackt mit Technik, um Treppenstufen zu erkennen, sich passend auszurichten und schließlich auf die benötigte Höhe zu drücken, um auf die Stufe fahren zu können. Am besten seht ihr die Funktion in diesem Video, welches ich euch auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt habe. Das letzte Projekt, welches ich euch in diesem Video vorstellen möchte, heißt Cubotino. Hier behandelt es sich um einen kompakten, 3D-getruckten Zauberwürfel-Löseroboter. Besonders gut hat mir hierbei das schlichte Design gefallen. Gescannt wird jede der 6 Seiten mit Computer Vision. Ein Raspberry Pi berechnet dann mit dem Lösealgorithmus die nötigen Bewegungen, um den Zauberwürfel zu lösen. Das Projekt ist sehr gut dokumentiert auf GitHub und Instructables. Links, wie zu allem hier, findet ihr in der Beschreibung. Ich hoffe, dieser Einblick hat euch gefallen. Abonniert gerne meinen Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.